Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Lost Paper und ich habe euch jetzt einen ganzen Haufen Adventskalender mitgebracht. Und zwar habt ihr genau den da in meinem letzten Video gesehen. Ja, ich freue mich jetzt erst einmal ein bisschen zur Seite. Ich wollte sie euch alle nach einer mal kurz vorstellen. Ich hatte so viel Spaß an diesem Adventskalender, dass ich einfach noch mehr gemacht habe. Wie üblich freue ich mich über eure Likes, Kommentare, Wünsche, Fragen, Ideen und so weiter. Schreibt mir gerne. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, welchen Bildausschnitt ihr habt. Jetzt sind wir richtig schnell in der Mitte. Sehr fein. Den hier, den habe ich euch im letzten Video gezeigt. Den werde ich jetzt nicht noch mal öffnen, durchblättern. Den habt ihr schon voll und ganz bewundern dürfen. Ich hoffe, ihr habt ihn bewundert. Der hat mir fast noch am meisten Spaß gemacht, weil das der erste war. Das ist so irgendwie, wenn man was Neues ausprobiert und es Stück für Stück funktioniert, dann finde ich einfach, macht das total Laune und man ist total neugierig, ob es wirklich klappt. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten. Ich werde euch jetzt erstmal den hier zeigen. Den habe ich mit Stoff bezogen. Ich habe auch diese Schleife alles hier fest aufgeklebt, weil dieser hübsche Kalender hier, der hat nämlich eine, ich gucke mal, dass ich die Schleife nicht plattdrücke, der hat nämlich hier so eine kleine Schließe mit kleinen Klemmchen. Da habe ich nämlich noch eine extra Schleife dran gemacht und habe diese beiden kleinen Klemmen benutzt. Diese kleinen Bulldog-Klemmen, wie auch immer sie auf Englisch heißen. Und hier habe ich mich einfach mal für eine etwas andere Verschlusstechnik entschieden. So, der hier hat so ein schönes Holzherz. Ja, und hier bin ich so richtig weihnachtlich ausgetitscht mit Sternen und Glitzer. Und ich weiß nicht, ich komme einfach mal ein bisschen näher ran, dass wir das richtig schön sehen können. So, ich habe hier einfach Holzteile mit drauf geholt. Und habe hier den kleinen Weihnachtsbaum. Und wenn ihr seht, in den Kästchen selbst habe ich auch noch Glitzer. So, und zwar habe ich das hier mit einer Glitzer-Sprühfarbe gemacht. Und habe die Sterne ausgestanzt, die kleinen hier. Ja, und hier findet ihr ganz viele Holzteile, noch Teile vom Stoff und so. Und ich finde das einfach total rund vom ganzen Drum und Dran. Von dem ganzen, ja, der kompletten Optik und Haptik und überhaupt. Und das fühlt sich einfach so toll an. Man kann ihn die ganze Zeit einfach noch streicheln. Ja, und diese Adventskalenderzahlen, die habe ich gestempelt und dann die kleinen Teile ausgerissen und mit Gilding Wax bearbeitet. Ihr seht ja, hier ist es glitzert und glänzt in aller Himmelsrichtung. Und das ist jetzt erstmal dieser hübsche Adventskalender. Hier hatte ich eine Postkarte, die fand ich einfach so super passend. Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. Der Autor davon ist unbekannt. Und die Karte, die fand ich einfach total schön und passend. Ich bin mal sehr gespannt, wenn ihr diesen Adventskalender bekommt. Machen wir den ersten mal wieder zu und stellen ihn einmal zu seinem Kumpel. Ich habe ja festgestellt, Adventskalender sind Rudeltiere. Das heißt, kaum hat man einen gemacht, hat man schon die Idee für den nächsten oder es läuft dann irgendwie Material über den Weg. Genau, den ersten hattet ihr gesehen hier mit den, da hatte ich nämlich auch die zwei Postkarten, die habe ich hier massakiert für diese ganzen Aufschriften. Hier habe ich einen Adventskalender für Spieler. Das ist ein, ja, mit Karten. Ich habe ein altes Kartenset genommen und ein bisschen mit Kaffee gefärbt und dachte mir, das ist doch ein super geiler Adventskalender hier mit den Schleifchen. Das ist hier übrigens so ein Tischläufer, so ein Stoff. Das hatte auch total Laune gemacht, den hier drauf zu bringen. Hier habe ich so einen Netzstoff noch dazu gepackt und habe hier kleine Tags dran gehängt, mit ausgestanzt aus Spielkarten. Also ein bisschen Glitzer drum und dran und ja, hier hinten wieder eine schöne Schleife und ihr seht auch hier, kleine Details sind immer ganz wichtig. Hier haben wir ein Sternchen-Islet und ja, ein bisschen Jute-Schnur darf natürlich Weihnachten auch nicht fehlen. Ich finde einfach, Weihnachten, zu Weihnachten passt und gehört Jute. Und falls ihr euch wundert, dass der Ton hier und da mal ein bisschen anders ist, ich bin jetzt gerade wieder aufgestanden, um euch einfach die Kästchen hier mal direkt hinter die Nase zu halten. Ja, weil, also, so weit weg ist der ganz nett, aber hier die Details ist ja das, was ich euch zeigen will. So, und hier habe ich teilweise die Adventskalender-Nummern noch auf so eine Glanzfolie geklebt und nochmal ausgerissen. Und jedes Kästchen hier hat, ja, Spielkarten. Ich habe hier verschiedene Sachen gemacht, also ich habe hier Craft Paper genommen zum Beispiel, also unterschiedliche Sachen, Craft Paper-Döschen. Und hier drunter einfach auch so ein Cardstock und das Ganze einfach mit Sprühfarbe, ein bisschen glitzerig gemacht. Hier halten auch alle ganz schön. Ja, und was sollte das andere sein? Der Junk-Journal-Kleber hält diese Kästen perfekt an Ort und Stelle. Ja, und also diese 4x4-Kästchen, also hier, da passen wunderbar kleine Pralinen rein. Da passen auch wunderbar Charms rein, wenn man da jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen Seidenpapier nimmt. Und ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Schmuckhersteller machen, aber es gibt ja diverse, die so kleine süße Charms haben. Und wenn man die dann in Seidenpapier einwickelt und hier in die Kästchen tut, ist das natürlich eine mega Überraschung. Wird natürlich dann auch ein bisschen teurerer Adventskalender. Ja, genau, hier in der Mitte habe ich auch wieder den Netzstoff genommen und wieder Tags mit Glitzer und zu Weihnachten passt auch einfach Glitzer und Schleifchen passen auch. So, ich spinne den jetzt erstmal nicht wieder zusammen, ich stelle den erstmal einfach zu seinen Kumpels. So, hier kommt das nächste Herzchen. Das ist auch ein ganz feines Ding. Ich habe wieder eine Karte ein bisschen massakriert. Also einfach wirklich einmal drumherum gerissen, distressed und Karte sagt, die Freude will uns bewohnen, nicht nur besuchen. Schön zum Advent. Und hier embossed oder geprägt die Sternchenkarten. Die habe ich hier für die Ecken gerissen. Ich habe auch kleine Buchecken dran. Und das hier sind die, die aus den Karten rausgefallen sind. Die Sternchen hier so einzeln sind. Und das ist einfach eine mega coole Geschichte mit diesem Prägefoldern einfach. Ja, und das ist wieder ein... Also alle sind Orchard Books, die ich euch hier zeige. Ja, das hier ist für eine Freundin. Eine bastelwütige Freundin. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt. Und den habe ich hier sogar schon befüllt. Das heißt, ich werde den jetzt nur ganz vorsichtig aufmachen, dass sie mir hier nichts durcheinander poltert. Hier habe ich wieder schöne Jute-Schnur genommen. Ich liebe dieses Geräusch. So, und hier sendet ihr einerseits natürlich hier ein paar kleine Holzelemente als Deko in der Mitte. Und dann wieder die ausgerissenen Zahlen. Die hatte ich auch auf so altdeutsche Schrift gestempelt. Und hier seht ihr einfach so kleine Knödelchen. Die kriegt Bastelsachen dazu. Ja, eine Bastelfreundin, die Bastelsachen kriegt, sowas Ungewöhnliches. Genau, und hier habe ich einfach wirklich immer so kleine Seitenpapierteilchen genommen und die Sachen in den kleinen Kästchen eingepackt. Ich hoffe, dass sie dieses Video nicht sehen, bevor ich ihr das geschenkt habe. Aber schauen wir mal. Ich glaube, sie hat sowieso zu viel zu tun. Und dann wird sie es nachträglich sehen und sich hoffentlich noch freuen, dass ich ihren Adventskalender hier vorgestellt habe. Ja, genau. Das ist, hier habe ich tatsächlich, ich nehme eins ab hier. Hier habe ich, wenn man das sich auf der Stelle schafft, ja. Das sind Trennblätter von Ortmann. Die haben so eine Struktur. Moment, kommen wir hier ran? Ja, man sieht das. Die haben so eine ganz riefelige Struktur. Und die sind ziemlich stabil. Also es müssten mindestens 250er sein. Super cool. Habe ich mal gefunden im, weiß ich nicht, bestimmt 200er oder 300er Pack. Das ist ein ziemlich cooles Papier. Oder, ja, Cardstock ist es eher, es ist nicht richtig Papier. Um damit so Kästchen und sowas zu machen, das ist mega stabil. Und diese Oberfläche hat eine super coole Haptik. Also so richtig, diese Textur. Und ich könnte da den ganzen Tag drauf rumpacken. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Hier haben wir wieder ein stoffbezogenes Schatzi. Das ist für eine andere Freundin. Also wer sich jetzt irgendwie ausmalt, das könnte beim Etsy-Shop auftauchen. Vergesst es, der hier jedenfalls nicht. Schenken heißt, einem anderen etwas zu geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. Und das ist ein super schönes Motto. Ich finde auch gerade jetzt für Weihnachten und Advent, wenn man was findet, was man selber so schön findet, dass man es am liebsten behalten würde, dann ist es eigentlich richtig. Genau, das war eine Postkarte genauso. Und die habe ich dann noch ein bisschen mehr auseinandergepflückt. Die war so beidseitig. Also auf jeder Seite war irgendwie ein Spruch oder irgendwas. Und dieser Spruch hat mir natürlich am besten gefallen. Den habe ich mir ausgerissen und die Rückseite war so schön, ja, marmoriert. Und davon habe ich dann den Hintergrund gemacht. Hier manchmal Merry Christmas. Mal kleine Holzelemente. Und dieses Love, das wollte auch unbedingt mit auf diesen Kalender. Genauso wie diese kleinen gefrorenen Zweiglein. Ja, und hier haben wir dann wieder ein Holzherz. Total schönes Ding. Und eine sehr pompöse Schleife. Sehr pompöse Schleife werde ich jetzt gleich nicht zubinden, während ihr dabei seid, sonst blamiere ich mich garantiert bis auf die Knochen. Ich werde sie nachher ganz in Ruhe wieder so hübsch binden, wie sie war. So, und hier drinnen haben wir eine andere Farbpracht, als die anderen Kalender bisher waren. Die Welt braucht Menschen, die so sehr an eine andere Welt glauben, dass sie nicht anders können, als sie heute schon zu leben. Und das passt zu dieser besonderen Freundin ganz, ganz besonders. Das muss genauso für diese liebe Seele sein. Genau, und hier, ihr seht, ich habe genauso wieder Zahlen gestempelt, wie bei den anderen auch. Habe hier und da so Elemente, geprägte Elemente mit eingefügt. Und hier und da wieder Stoffelemente. Das ist einfach wirklich ein richtig spannendes Feld. Und das ist einfach so ein ganz, ganz weicher Stoff. Das war mein Bettbezug. Und der war so ein Lieberbettbezug, also ein richtig flauschiges Ding. Und ja, jetzt möchte es so ein Adventskalender sein. Also ein richtig, also ich möchte den ganzen Zeit irgendwie drin rumfummeln. Ihr seht hier bei den Nummern, da ist mir auch was passiert. Und zwar nach dem Stempeln hat man die Zahlen nicht so richtig schick erkannt. Und ich war damit echt nicht so richtig glücklich, weil sie einfach so ein bisschen durch, ja, diese rosa Stempelfarbe, die war so, ja, so ein bisschen im Hintergrund verschwommen. Und dann habe ich immer meinen ganz feinen 005er Feinlader genommen und habe sie nochmal umrandet. Dann haben sie mir gefallen. Und jetzt gefallen sie mir sehr gut. Was sagt ihr dazu? Natürlich darf Gilding Wax bei Weihnachten nicht fehlen. Ich habe die schöne rosa Gilding Wax. Und das glitzert und glänzt. Und es ist einfach nur ein Weihnachtszauber. So, liebe Schleife, du bist nachher wieder dran. Jetzt habe ich noch einen letzten Vollständigen euch zu zeigen. Einen letzten feinen Vollständigen. Und dann darf ich euch gleich noch das Cover zeigen von dem, was nicht noch ein Arbeiter war. So, dieser Adventskalender ist für meinen lieben Mann. Der, ja, ist einfach ein Männer-Adventskalender. Also ein naturverbundener Männer-Adventskalender in schönen Blautönen. Und ich liebe dieses Papier. Es ist so geil. Also ich könnte die ganze Zeit mit diesem Stemperia-Papier rumhexen und rumzaubern. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich finde, der ist so unglaublich schön geworden. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Darf man mal machen. Nochmal, ich habe alle meine Adventskalender übrigens hier noch mit Mod Podge versiegelt. Also selbst wenn man hier mal irgendwie was drauf rumpackt oder jeder grabbelt den an oder sowas, ist überhaupt nicht schlimm, kann man abwischen. Mod Podge ist ein cooles Zeug. Ja, und ich habe auch hier die Buchecken habe ich auch so ein bisschen mit Gilding Wax noch angefärbt. So, der Buchrücken ist doch einfach mal cool geworden. Auch hier bin ich mit Gilding Wax nochmal drüber und habe das so ein bisschen dunkler gemacht. Also mit dem Anthrazit-Gilding Wax. Und ja, habe auch hier, bin mit dem Gilding Wax um alle Kanten drumherum und habe auch hier nochmal so eine Riffskante mit eingebaut. Also ich finde einfach, mal abgesehen davon, dass ich Blau total liebe, ist dieser Adventskalender voll schön geworden. So, jetzt haben wir hier eine kleine Schleife. Da ist ein bisschen Draht mit drin in diesem Schleifendings. Deswegen ist die so ein bisschen widerborstig. Aber der wird ja meistens dann gar nicht mehr zugebunden, bevor man ihn wieder hinstellt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach mal so offen und schick auf dem Tisch liegt und man sich dann da freut, jeden Tag hier so ein kleines Kästchen zu öffnen. Das zeige ich euch jetzt einfach nochmal näher. Also dieses Papier ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich freue mich auch, dass die türkise Farbe von meinen Kästchen hier richtig schön durchkommt. Also man sieht sie in der Kamera tatsächlich fein. Und hier habe ich mega Arbeit reingesteckt. Mal abgesehen davon, dass man die Kästchen da faltet und macht und tut und das ganze Cover hier gestaltet mit den kleinen Teilen. Ich habe hier die Kästchen gemacht. Also ihr seht auch hier so ein bisschen Doily mit der Zahl, die auch noch schön besprenkelt ist und alles. Aus dem Rest des Papiers habe ich hier ein paar Kreise gestanzt. Und in den Kästchen, habe ich natürlich gemacht, bevor ich die gefiltert habe, in den Kästchen findet ihr dann nochmal gestempelte Sternchen. Und dieser Adventskalender ist einfach mal mega. Also ich würde ihn so gerne selbst behalten, aber irgendwie ist das, ja, wenn ich mir den Adventskalender selber befülle, ich weiß nicht, schon ein bisschen komisch, oder? Dementsprechend, ich werde ihn verschenken. Ich werde ihn mit kleinen Pralinchen füllen. Ganz leckere, feine Sachen habe ich gefunden. Und ich werde mich auch jeden Tag daran erfreuen, dass sich mein Mann freut. Ich hoffe, er freut sich. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich freut, weil er so, er liebt Schokolade und er weiß auch, wie sehr ich meine Bastelsachen mag und wie sehr Spaß es mir macht. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich über sein Adventskalender auch sehr freuen wird. Ja, das war der Männer Adventskalender. Und dann stelle ich mir jetzt auch wieder hier zu sein. Jetzt zeige ich euch nochmal das Schätzchen, was hier gerade in der Hunde Arbeit ist. Und zwar bekommt den hier meine Oma. So, ne, ich muss doch wieder aufstehen. Dann sehe ich, was ihr seht. Das ist, das gefällt mir besser. Jedenfalls heute. So, also hier habe ich wieder schön geprägtes Papier genommen. Mit Gilding Wax. Und das Papier habe ich vorher. Das war einfach so ein langweiliges Grau. Und das habe ich mit Silber und blauen Sprenkeln besprüht. Und dann mit diesem rosa Gilding Wax bearbeitet. Mini-Buchecken dazu. Und ich finde einfach, das rosa Gilding Wax, das passt zu dieser Buchfarbe einfach nur so genial. Ja, und hier habe ich die schöne Seidenwärmsel genommen. Ja, ein frommer Zauber hält mich wieder. Anbetend staunend muss ich stehen. Es singt auf meine Augenlider. Ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühle es. Ein Wunder ist geschehen. Von Theodor Storm. Ja, und da ich weiß, dass meine Oma Deutsche Dichtung sehr gerne mag. Und einfach diese Karte hat sich so schön in diesen Hintergrund eingefügt. Hier seht ihr für Oma. So. Da hinten habe ich noch so einen kleinen Filigewie dran. Und hier, da seht ihr auch nochmal die schönen Sprenkel, die hier in diesem Papier sind. Und wie fein das hier rauskommt. Gut, innen ist es jetzt noch nicht so spektakulär. Da fehlen jetzt natürlich die Kästchen. Hier sind auch was zum gesprengelten Papier. Die muss ich allerdings noch fertig machen. Mal gucken, ob ich euch das Ding hier nochmal in fertig zeige. Ihr könnt mir ja einfach mal schreiben, ob ihr den anderen fertig sehen wollt. Oder ob ihr jetzt einfach die Nase voll habt von Adventskalendern. Würde ich euch nicht verübeln, weil es waren ja jetzt auch einige, ne? Genau. So. Und jetzt habe ich hier meine ganze feine, tolle Sammlung an Riesen Adventszauber Spaß mit euch geteilt. Und ich wäre echt super gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich würde mich echt mega freuen, von euch zu hören, ob und wie euch die gefallen haben. Auch welcher von denen euch am besten gefallen hat. Das sind ja jetzt nun mal so kurz übernommen sieben Stück, die hier liegen. Also einen unfertigen, aber den könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt auf Basis der anderen vorstellen, wie ungefähr der werden wird. Also sechs fertige, ein unfertiger und man, das war ein echter Spaß. Und jetzt ist noch nicht mal November. Was machen die jetzt den ganzen November lang? Naja. Ihr werdet es wahrscheinlich mitverfolgen, was ich dann tue. Mein Adventskalender Riesenzauberspaß ist für heute vorbei. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde mich echt mega freuen, wenn ihr mir mal sagt, welches von diesen Adventskalenderherzchen ihr am coolsten fandet. Oder vielleicht auch welches ihr nicht so schön fandet oder eher langweilig. Ja. Schreibt mir doch mal was. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Und ich freue mich auch über neue Abonnenten. Das sind immer noch relativ wenige. Falls ich euch zu langweilig bin oder zu langsam rede oder zu schnell, ganz ehrlich, dann schreibt mir das bitte auch. Weil ich mir selten selber zuhöre. Also immerhin höre ich mir natürlich meine Videos mal in Kürze an, wenn ich hier und da gucken will, was ich wo gemacht habe. Aber ich höre mir natürlich nicht so ein komplettes Video von vorne bis hinten an. Ich habe es ja selber gedreht. Ich war ja live dabei. Deswegen interessiert mich eure Meinung. So. Genug gesabbelt. Habt ein feines, tolles Bastelwochenende. Jetzt ist Samstagmorgen, wenn ihr dieses Video seht. Oder beziehungsweise wenn es rauskommt, was ihr hier bis gleich seht. Und viel Spaß beim Basteln. Vielleicht habt ihr ja Bock, sowas mal nachzumachen. In meinem ersten oder in meinem letzten Video von diesem hier habe ich euch verlinkt, wo ich diese Idee hier habe. Könnt ihr spicken. Bis demnächst in diesem Kino.